So, und jetzt werden wir mal kurz in einen Kampf eingebrochen, gegen ... äh ... äh ... äh ... äh ... ganz, ganz viele Meckerns. Ach komm. Ach, wir haben noch eine neue Technik gelernt, mit dem wir ... ... die physischen Techniken verstärken können, aber wir machen trotzdem nur einen Schaden. Was ... ehrlich ist. Wann wirst du bitte den Leicht angreifen wie ich? Danke. Das kann ich ... Was? Let's go! Findest du? Danke. Einen einzigen besiegt. Herrlich. Aber wir machen zum Glück nicht allzu viel Schaden. Bestfall ... ist das ganz gut. Wann komm. Danke, nochmal zwei Besicht. Wann komm. Wann komm. Danke. Nömer zwei Besicht. Wann komm. Na, komm. Na, danke. Na, komm. Drums. Findest du vielleicht. Ach, ich hasse das und wow. Meine FPS-Zer war gerade auf 9. Und sie sagt gerade wieder auf Ball, wow. Das muss ich unbedingt nächstes Mal ändern. Ich habe jetzt gerade kurz 13 FPS gehabt nur. Wow. Das reicht's nicht. Wow. Leck das rum. So, jetzt wollen wir dich mal ins Schwanken bringen. Los geht's! Rein! Ja! Rein, Tom! Es ist noch nicht vorbei. Gott, Gott. Ich muss jetzt mal meine Wii etwas umstellen bei der nächsten Aufnahme. Das ist ja furchtbar, wenn so viel auf dem Schirm los ist. Das werden wir auch ganz oft haben. Ja, das ist ja furchtbar. Okay, ja. Okay, ja. Die Messe sind nicht so los ... Und sie sind nicht so los. Und sie sind hier hinten. Okay, ja, ja. Das ist auch nicht so los. Nein! Die Messe sind hier für so los! Oh, ja. Oh, ja. Fuck. Yeah. Aber bei Destiny läuft einfach fast. Ich dachte so. Das ist das, was ich wartet, um zu sehen. Bereit, Lads? Wir können definitiv das machen! Wow! Ich glaube, ich müsste gleich die Aufnahme... Gleich mal kurz komplett neu starten, weil das... Das ist das. So. So, und ich würde mal sagen, ich mache hier mal, ähm... Ganz kurz Pause, ich bin gleich wieder da. Aber ich gehe kurz mal in irgendein Menü, sonst greift mich irgendwas an. So, ähm... Ich mache kurze Unterbrechung, nur Aufnahme-Stopp, Aufnahme-Stopp. Bin sofort wieder da. So, ich hoffe mal, das hat es jetzt behoben. Ich habe jetzt wirklich nur kurz die Aufnahme gestoppt und nochmal neu gestartet. Ähm... Soll ich mich da durchkämpfen oder durchrennen? Durchrennen. Lululu... Weil das würde einfach nur zu lange dauern, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Weg mich! Bis hier. Lass mich in Ruhe weg, hier. so läuft es auch noch flüssig vielleicht was wirklich eine aufnahme gelegen keine ahnung wo wir blicken sind die sind noch hinter mir dunban you can't take any more of the monado but i must i don't have a choice ryan's right you can't go on like this shulk dunban hey this time it's my time shulk no it'll kill you shulk what's happening what the oh yeah yeah i just have to break the scene wow shulk's pretty awesome what could this be shulk is using the monado what was that shulk more company ryan right right dumbo i got your back shulk do you feel all right i'm okay but there was something strange just now it was as if i could see into the future is this another power of the monado see into the future what are you saying hey are you certain are you certain are you certain shulk yes i see i remember dixon saying that the monado had a hidden power could this be it what 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 oh hmm yeah yeah don't think about it now believe what the monado showed you and fight got it so scheiße dass die letzte cutscene total verkackt war ähm tut mir leid ich werde versuchen da irgendwas reinzuschneiden wenn ich's ähm ja aber haben pech gehabt die letzte cutscene war eigentlich dass er was schon kurz in die zukunft zieht und dann grandios eigentlich ausweicht aber mein FPS ist gerade eben mal auf 1 eingebrochen ähm deshalb sorry deswegen ich hoffe das wird nicht noch passieren ich muss ja okay ich muss unbedingt was an der einstellung ändern sonst bringt mir das gar nichts so ja das weiß ich alles schon ne so ich muss jetzt nur na komm es bringt alles nichts das bringt mich jetzt hier dann bist du na komm ich muss die Verzauberung achten wenn du kannst so Verzauberung damit wir alle Schaden machen das bringt das alles nichts das bringt das alles nichts das bringt das alles nichts so und dann machen wir noch so einen kleinen Angriff Angriff wums und zack aber wir kriegen noch nichts von denen und wir werden uns ganz ganz schnell zu unserem nächsten Reisepunkt aufmachen und ich weiß jetzt läuft es wieder flüssig jetzt habe ich wieder 50 FPS das ist nicht wahr ja jetzt läuft es wieder nicht ganz so flüssig verdammt jetzt konnte ich das nicht einsammeln na komm weiter 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 na ich muss da was umstellen dass das dann nicht ganz so ist so so was sollte man nicht zu früh sagen weil wir werden sofort feststellen wenn Skull das erstmal zuschlägt das Monado das Monado trifft nicht na komm ja das Monado hat keine Wirkung selbst diese Attacke hier bringt nichts wir machen ihn wir kitzeln ihn ein bisschen aber bringt uns nichts aber bringt uns nichts aber bringt uns nichts